Ho, ho, ho ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Adventskalender Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den Trend Parfüm Adventskalender. Das ist dieser hier. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Dieser Adventskalender ist jetzt gerade zum Zeitpunkt des Videodrehs mal wieder ausverkauft. Aber der kommt wohl immer mal wieder rein. Kostet 69,95 und ist einer zum selber zusammenstellen. Das heißt, wir haben hier lose Säckchen drin und wir haben auch die 24 Produkte hier drin. Und ja, 69,95 ist jetzt mal nicht wenig, finde ich, für einen DIY Adventskalender. Und deswegen gucken wir hier mal rein. Es wird jetzt eher so ein Unboxing werden, als dass es ein Adventskalender opening wird. Ich habe hier auch einen Code drin. Spare 10% bei deiner nächsten Bestellung mit dem Code XMIS21. Bei trendparfüm.de bis 31. Dezember. Nicht einlösbar in der Sale-Kategorie. Dann wird es wahrscheinlich auch nicht auf den Adventskalender gelten. Aber wir schauen mal. So kommt das Ganze an. Ich finde den Karton übrigens super schön. Also das ist ein hochwertiger Karton. Und wie bei den DIY Adventskalendern, die ich bislang alle so ausgepackt habe, werde ich auf Erwin die Produkte stellen und hier einfach mal so dann immer reingreifen. Letztes Jahr war das ja quasi der Parfümproben-Adventskalender, ne? Oh nee, die Säckchen sind befüllt. Oh, ich disponiere kurzum. Oh nein. Ich breite gerade die Säckchen vor mir aus und ich befürchte, dass der Inhalt recht ähnlich zu dem vom letzten Jahr sein wird. Wir starten mit der Nummer 1. Also ja, süße Säckchen, ne? Also die Kortsäckchen mag ich gerne leiden. Wir haben ja auch so eine Schlaufe mit dabei. Also quasi nicht eine Schlaufe, sondern eine Kordel mit den kleinen Viechern schon dran, so dass man die Säckchen so aufhängen kann. Finde ich klasse. In der Nummer 1 haben wir von Yves Saint Laurent eine Odd Hours Foundation. Mutig. Mit 5ml in der Farbe B30 Almond. Jo, die wird ja sicherlich super vielen passen. Nicht. Also schön, dass es drin ist. Definitiv, weil es eine coole Foundation ist. Aber, wow, ist echt mutig. Vielleicht im allerkrassesten Sommer könnte sie mir mit ganz viel Mut passen, aber sie wird mir trotzdem zu warm sein. Die Nummer 2. Hier haben wir einen Duschgel drin von Jill Sander Sun, was ich richtig schön vom Duft her finde. Da sind 30ml drin enthalten und diese parfümierten Geschichten, die sind gar nicht so günstig. Ich glaube so eine, ich habe letztens noch einen Adventskalender geschnitten. Ich glaube, die Tube kostet 3 Euro dann quasi, weil 150ml, glaube ich, 15 Euro kosten. Finde ich schön. Die Nummer 3 fühlt sich nicht gut an. Ich meine, ja. Also, die haben ja halt nicht nur eine Parfümprobe reingepackt, sondern direkt zwei. Das ist ja super. Die haben ja auch ihren Wert. Aber, Parfümproben ist echt so ein Ding, ne? Bin ich überhaupt kein Fan von. Und hier war sogar der Flakon gerade so ein bisschen rausgeflogen. Einmal habe ich 1,5ml von dem Eau de Parfum von dem Jean-Paul Gaultier Scandal. Das ist dieses hier, das Scandal. Ja. Und von dem Jean-Paul Gaultier Labelle, auch 1,5% vor allem, Milliliter von dem Eau de Parfum. Ja. Schön. Die Nummer 4. Hier habe ich von Biotherm Aquasauce Gel. Ein hydratisierendes Gel fürs Gesicht. 20ml sind hier drin enthalten. Das ist eine schöne Größe, finde ich. Also, das kann man auch in so einem Adventskalender wohl reinpacken. Ist in Ordnung. Ja. Intense Regenerating Moisturizing Gel, ne? Für normale Haut. Ist gut. Hat auch seinen angenehmen Wert. Die Nummer 5. Der Tag vor Nikolaus. Hier haben wir wieder eine Parfümminiatur drin. Das ist natürlich positiv, weil sich einige halt über diese Miniaturen sehr freuen, ne? Da kommt das ganz gut. Hier haben wir 5ml von dem Lancôme Idol Parfum drin. Ein sehr schöner, weiblicher, angenehmer Duft. Und das mag ich gerne so in Adventskalendern, muss ich wirklich sagen. Weil ich weiß, dass auch viele sich drüber freuen, ne? Ich gehöre jetzt nicht so zu den Leuten, die die Miniaturen sammeln. Aber ich weiß, dass es viel davon gibt. Und deswegen freue ich mich für die Leute darüber, dass es halt drin ist. Aber halt eine Miniatur ist für mich was ganz, ganz anderes als eine Parfümprobe. Auch wenn eine Probe ein Sprayer ist. Aber trotzdem. Das ist einfach so von der Art und Weise was ganz anderes. Dann kommen wir doch mal zu Nikolaus. Die Nummer 6. Hier haben wir was Cooles drin. Das ist schön. Das habe ich auch gerade bei mir in Anwendung. Richtig geiler Duft. Boss Alive. Eine Perfumed Hand and Body Lotion. 75ml. Die ist sehr, sehr dünnflüssig. Also kann ich jetzt ja gerade reviewen, weil gestern Abend noch verwendet. Und gleich werde ich sie halt nochmal verwenden. Relativ dünnflüssig. Aber sie ist schön. Und der Duft ist so langanhaltend. Also ich wasche mich ja abends, ne? Da dusche ich mich. Und morgens habe ich immer noch diesen Duft den ganzen Tag auf der Haut. Und das ist kein penetranter Duft, sondern so ein Hauch von. Und den den ganzen Tag über ist so angenehm. Also schön. Das ist eine schöne Sache. Die Nummer 7 ist sehr leicht. Enthält aber ein cooles Produkt. Von Shiseido Benefianze Nutri-Perfect Night Cream. 5ml Pro Fortifying Pro Reconstru... Oh Gott, ich kann es nicht aussprechen. Irgendwas, was deine Haut halt wieder rekonstruieren soll. 5ml davon. Shiseido ist auch, glaube ich, eine recht hauverträgliche und gute Marke. Und ja, da haben wir dieses kleine Produktchen drin. 5ml ist relativ wenig. Aber Shiseido ist eine recht hochpreisige Marke. Deswegen hat es auch seinen Wert. Die Nummer 8 darf machen. Das ist Kracht. Und wir haben hier zwei Produkte drin. Einmal von Valentina. Das Vose Vita. 1,2ml Eau de Parfum. Selbstverständlich haben wir hier mal wieder eine Parfümprobe drin enthalten. Yay! Und von Shiseido Benefianze Wrinkle Smoothing Cream Enriched. 5ml. Das ist diese hier. Das scheint dann einfach die etwas reichhaltigere Variante zu sein. Auch das ist so ein kleines Tübchen. Joa, 5ml halt. Werden wir uns über die Nummer 9 freuen. Was ist das? Toilettris. Tommy Hilfiger Toilettris. Hä? Das ist ein Schlüsselanhänger, ne? Ich meine, auch Liebinger haben ihren Wert. Definitiv. Ja. Aber. Na ja. Ist halt dabei. Die Nummer 10. Hier haben wir nochmal das Lancôme Idol drin. Aber in dieser Form, äh, L'Intense haben wir das jetzt. 5ml. Also quasi die intensive Variante davon. Beides ein Eau de Parfum. Joa. Und das sieht halt ein bisschen so Roségold ein bisschen anders aus. Ist halt nicht durchsichtig, ne? Ja. Aber im ersten Moment denkt man schon, man hat es irgendwie doppelt drin, ne? So. Jetzt gehen wir weiter zu der Nummer 11. Hä? Hm. Das tut mir so leid, Leute. Oh wow. Oh wow. Ich meine, kein Wunder, dass sie den immer mal wieder reinkriegen, weil die ja immer mal wieder Nachschub an ihren, ups, Parfümproben bekommen, ne? Als erstes haben wir von Elizabeth Arden White Tea. 1,5ml von dem Wild Rose. Oh de Toilette. Das ist dieses hier. Ich hätte die anderen auch mal aufklappen können, ne? Habe ich gar nicht gemacht. Dann habe ich hier von Daisy J, äh, von Daisy, nein. Von Marc Jacobs, Daisy, Oh So Intense, Ode Parfum Spray. Und zwar 1,2ml. Was halt positiv bislang anzumerken ist, ist, dass es alle Sprayer sind. Das sind nicht solche dämlichen Dip Parfums, die mir so hardcore auf den Sack gehen. Das finde ich übrigens sehr interessant, weil das wollte ich sowieso mal ausprobieren. Und dann habe ich hier noch, äh, Flower by Kenzo Eau de Parfum 1ml drin. Das ist mir eben hier schon rausgeflogen. Das schaut einmal so aus. Und hier ist das Ding, was ich gleich wieder reinfriemeln werde. Ja, man feiert eine innerliche Party. Klar, wenn man auf diese Parfümproben steht, ist das geil, ne? Dann beschwert man sich auch nicht. Ich hätte mir nur gewünscht, dass die vielleicht dann dieses Jahr sich überlegt hätten, so, hey, kommt vielleicht nicht ganz so gut, da so viel Parfümproben reinzuhauen. Aber gut, die Nummer 12 hat immerhin ein Herzchen drauf. Und das ist die Halbzeit. Oh, okay. Das finde ich auch schon wieder cool. Chloé Eau de Parfum 5ml. Das scheint dann auch wohl eine Miniatur zu sein. Das ist schön. Ja, ich glaube, sowas hat man auch nicht so häufig mit dabei, ne? Also dieses von Chloé. Das habe ich nämlich so noch gar nicht irgendwo mal gesehen. Die Nummer 13 ist verdächtig leicht. Ich hoffe, keine Pechzahl. Nö. Hier haben wir wieder was von Shiseido drin. Und zwar, ähm, hier Vital Perfection Uplifting and Firming Eye Cream. Das ist cool. 3ml kann man sich dann wirklich mal mit diesem Adventskalender auch durch die Shiseido-Produkte durchprobieren. Finde ich jetzt per se gar nicht so verkehrt. Und so eine Augencreme mit 3ml, die hält auch wahrscheinlich so eine Woche oder so. Kann man dann eine Weile ausprobieren. Natürlich ist es so, um halt wirklich zu sehen, ob ein Effekt kommt, ähm, muss man die Produkte über 2 Monate oder so testen, ne? 2, 3 Monate grob. Ähm, aber ob die Haut es verträgt, das sieht man eigentlich schon relativ schnell normalerweise. Und deswegen finde ich diese Geschichten von der Größe her in Ordnung. Die Nummer 14. Was ich halt schade bei dem Adventskalender bislang auch so finde, ist, wir haben irgendwie gefühlt keine richtige Vollsize oder sowas mit dabei. Also so gar nicht, ne? Das ist halt so ein bisschen traurig. Gucci Guilty, auch das ist eine schöne Geschichte. Perfume Body Lotion, 50ml, ne? Also riecht total klasse, ist eine Sache, worüber man sich definitiv freuen kann, ähm, weil auch das so eine langanhaltende Geschichte ist. Ja, die Nummer 15. Ich hab fast schon Angst, diese Säckchen zu öffnen, wegen dieser ganzen Proben-Geschichte, ne? Und hier ist ja schon wieder eine drin. Deutsche und Gabana The One. Und da sind 0,8ml drin. Das ist ja schon wieder hier ein Highlight, ne? Und, äh, das ist dann diese Probe. Die Nummer 16 ist mit einem Sternchen. Bring mir Glück, lieber Stern, bring mir Glück. Shiseido Beneficence Wrinkle Smoothing Eye Cream. Gut, das sind jetzt 2ml. Das ist natürlich super wenig, ne? Also hier werden wir dann so langsam in den Bereich, wo ich mir denke, okay, das ist schon sehr wenig, ne? 3ml ist noch zu verkraften, finde ich, aber 2 ist schon hart. Trotzdem aber halt so ein kleines Tübchen und kein Sachet. Das ist halt schon mal positiv, wenn ich das mal so sagen darf. Weil es halt keine klassische Zeitschriftenprobe ist, ne? Aber, ja, so langsam wird's halt ein bisschen uncool. Die Nummer 17. Ja, äh, oh, aber das ist eine andere Edition. La Vie et Belle von Lancôme, L'eau de Parfum, 3ml. Und das ist die Soleil Kristall-Edition scheinbar. Also sieht auch wirklich wunderschön von der Verpackung her aus. Ein Sonnenkristall. Also eine schöne, etwas andere Miniatur. Auch schön, das ist so holographisch. Das mag ich auch gerne leiden. Und das ist auch eins meiner Lieblingsdüfte, ne? Den mag ich. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Hier habe ich jetzt die Nummer 18. Da haben wir 2 Produkte drin. 2 Parfumproben. Äh, Issey Miyake Drop Desay. Ähm, 0,8ml. Das ist ja der Hammer. Also, Wahnsinn. Wow. Und dann haben wir, Gott sei Dank, das ist ein guter Duft, Alien von Muggler. Ode Parfum, 1,2ml. Das ist doch auch schon mal positiv. Ja. Ne? Da habe ich mittlerweile nämlich auch sogar ein Tube von. Äh, von... Ich weiß gar nicht, wie heißt denn diese... Keine Ahnung, war in der Pinkbox drin auch. Mega cool. Die Nummer 19. Letztes Jahr habe ich ja schon so gelitten, was die Parfümproben anging. Und dieses Jahr, finde ich, ist es sogar noch eine Stufe härter, ne? La Vie Ebel von Lancôme haben wir hier eine, ähm, parfümierte Bodylotion. Und da sind 50ml drin. Hier muss man ein bisschen aufpassen, weil die hinterlässt so einen leichten Schimmer auf der Haut. Ich hatte mich damals erschrocken, als meine Hände halt geglitzert haben und ich nicht wusste, wo das herkam. Da ist die dran schuld. Aber die riecht unfassbar gut. Also, Wahnsinn. Die Nummer 20. Auch hier haben wir wieder zwei Produkte drin. Interessante Mischung. Zum einen haben wir 5ml von Shiseido Beneficence Wrinkle Smoothing Cream Enriched. Hatten wir die nicht schon? Kommt mir gerade so bekannt vor. Jep, die hatten wir schon mal drin. Doppelt gemoppelt hält scheinbar besser. Und natürlich eine Parfümprobe von Giorgio Armani oder Parfum My Way. Und hier haben wir drin 1,2ml. Yay! Die Nummer 21. Also, die Säckchen finde ich klasse. Die werde ich auch so weiterverwenden. Definitiv, ne? Oh, hier haben wir zwei gute Produkte drin. Clinique lässt grüßen. Vielen Dank dafür. Einmal die All About Eyes Beste Augencreme. Überhaupt 5ml. Richtig tolle Geschichte, die einfach auch für meine sehr sensible Haut perfekt ist. Immer wenn ich irgendwelche Irritationen habe oder so, dann stelle ich einfach meine Hautpflege um und gehe auch wieder, was die Augencreme angeht, wieder zu der All About Eyes. Und das funktioniert immer perfekt. Also, die ist total klasse. Sehr zuverlässig. Es gibt auch noch die Rich Variante, falls einem das nicht reichhaltig sein sollte. Genau, das ist aber jetzt hier die normale Variante. Sehr empfehlenswert. Und dann ist hier noch die Moisture Surge Hydrating Lotion drin enthalten. 7ml. Und das ist eine Geschichte, die ich halt eher so als Serum verwenden würde und darüber dann nochmal zusätzlich eine Pflege auftragen würde. Die ist auch relativ flüssig, ne? Sieht man auch, glaube ich, ganz gut. Genau. Aber coole Marke, coole Produkte. Die Nummer 22. Oh ja, hier haben wir ein Produkt drin. Und zwar passend zu der Body Lotion, die wir ja schon hatten von Boss Alive Eau de Toilette. Hier haben wir 1,2ml als wundervolle Parfumprobe und klasse Ergänzung zu dem bereits erhaltenen Produkt drin. Oha, wir haben den Tag vor Heiligabend erreicht, den 23. Dezember. Was uns hier wohl erwarten wird? Normalerweise einfach so ein bisschen was zum Abchillen, genau, zum Runterkommen und so, ne? Vielleicht ein Nagellack oder so. Hier haben wir Versace Paufums irgendwie nochmal schön eingepackt. Gut. 1ml Dillon Türkis Eau de Toilette. Joa, haben wir hier drin enthalten. Und es ist auch noch schön in Plastik eingepackt. Joa, ist doch toll. So, die 24. Es ist Weihnachten, Leute. Ne? Was gibt's zu Weihnachten? Ein Herzchen auf dem roten Ding. Das finde ich schon mal sehr freundlich. Das gefällt mir auch. Ein Set liebevoll eingerollt in Butterbrotspapier und sieht aus, als hätten da schon 5 Leute in den Händen gehalten. Zum einen habe ich hier eine Parfümminiatur von Lancome La Vie Ebel. Ich würde sagen, es sind 4ml hier drin. Es steht nämlich hier schlecht drauf, aber erfahrungsgemäß sind in diesen kleinen Fläschchen 4ml drin. Ja, das ist der Klassiker, ne? Ähm, dann haben wir hier die Hypnose Mascara von Lancome. 2ml sind hier drin enthalten. Joa, ist eigentlich ganz gut. Also, das ist auch eine schöne Mascara, definitiv. Und dann haben wir auch noch das Advanced Genifique Concentrate Activateur de Jeunesse. Ein Youth Activating Concentrate mit 10ml sagt, teuer. Ja, das reißt natürlich jetzt auch den Wert ziemlich hoch, ne? Das ist auf jeden Fall. Aber irgendwie kam das gerade sehr merkwürdig hier drin rüber, muss ich gestehen. Genauso wie eigentlich auch der komplette Adventskalender sehr merkwürdig rüberkam, oder? Seht ihr das irgendwie anders? Für mich sieht das eigentlich wirklich so aus, als hätte sich Trendparfüm.de überlegt, Mensch, was haben wir dann noch so als Kram auf dem Lager? Alles klar, packen wir ein Säckchen, nähen die irgendwie zusammen, machen da so halt so Klebis drauf und verkaufen das für 70 Tacken und verdienen daran halt noch ein bisschen Geld. Es ist irgendwie okay, wenn man das vielleicht für 30 Euro verkauft, ehrlich gesagt. Aber wenn du, natürlich werden wir hier auch einen hohen Wert haben. Natürlich, weil Parfüm hat auch einen hohen Wert. Ja, weil letztes Jahr genau der gleiche Kram. Aber hier nimmt halt wirklich diese Geschichte, dass Menschen sich darüber beschweren, dass Firmen halt nur Gratisproben in Adventskalender reinpacken, ein sehr extremes Ausmaß. Denn genau das ist hier der Fall. Über ein paar Produkte freut man sich vielleicht, ja. Aber hier diese ganzen, der Haufen an Parfümproben. Dann irgendwie irgendeine Foundation, wo man echt nicht weiß, ob die passt. Es ist wirklich bitter, Leute. Ohne Witz jetzt. Also ich bin schockiert, dass Trendparfüm.de wirklich genau die gleiche Schose durchgezogen hat, wie auch letztes Jahr. Ich bin gespannt, ob die dann auf der Website auch immer weiter genau diese Art von Adventskalender verkaufen werden. Ich möchte mit meinem Video halt wirklich nur warnen. Falls ihr richtig Bock habt auf Parfümproben oder so, dann gönnt euch. Hart, gönnt euch wirklich. Aber sonst geht auch einfach mal in Douglas und fragt einfach mal freundlich nach. Also da kriegt man auch öfters mal wirklich was. Aber das jetzt hier für 70 Euro finde ich hart. Also ja, egal. Ich reg mich nicht weiter auf. Schreibt mir gerne eure Meinung mal unten in die Kommentare. Das wäre ganz freundlich, wenn wir da auch freundlich bleiben würden. Und das war es jetzt hier von mir und dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.